Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Little Project mit mir den heißt Popcorn so wir haben in letzter Folge hier diesen Dings da gemacht wisst ihr ja schon was ich da gebaut hab und so wo war erst mal eine halbe Stunde eh da oder so ok auf jeden Fall wird hier die Folge jetzt ein bisschen länger sein aber da bestimmt keiner was dagegen wenn die mal vorbeweist du noch wie der Befehl war um den einig wird soll ich bei euch reinkommen wenn äh t s na los, komm, sagt ja, nein, vielleicht so los set label oder set label und danach name so ich hoffe, die haben es gesehen, ansonsten sind sie zu dumm nein, natürlich nicht so äh, hören die mir zu oder, ne, dann nicht, ist es mir royal Alter, wir sind einfach mal so wo da kann man da nicht dringucken ach so, ist ja ein Transformer äh äh was da tja 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 wenn er mir nicht schreiben will, dann nö, 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 dann antworte ich schon nicht nö, dann mag ich nicht mehr nö äh also also set label name so, jetzt hat das wenigstens und ich brauche Tag wegen hier und so da, wegen, oh, ne, ich glaube nicht, dass er jetzt Tag hat also kriegt er Energie? ne, hä? wie spackt er so ein bisschen herum, mein, mein Dings hier, so, auf jeden Fall werde ich jetzt mein Kissen einräumen hier, so, das kommt da rein, das kommt da rein, das, 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 das kommt da rein, äh, das kommt da rein, äh, das kommt da rein, copper kommt, Eisenbarn, Silber, Tinrohr, ähm, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, so, einmal sortieren hier, so, äh, Stein, so, das kommt da rein, das ist mein Erde, das kommt da rein, das kommt da ebenfalls hin, das auch, das auch, einmal sortieren, das, dieses, dieser Crap kommt alles, ne, außer der Kohle kommt da nicht rein, die Badbox kommt da rein, die Badbox kommt auch hin, die Kohl kommt da hin, da war immer, da war immer, da war immer, bist du jetzt um Energie, oh, jetzt lädt er sich langsam hier auf, na, ist ja, mein Wunderbärchen, du, so, was wir als nächstes machen werden, was wir machen, ich werde mal nach kurzem mal hier, äh, erlaftet wieder, warte mal, was wir jetzt machen, hm, warte mal, weil diese, ah ja genau, dieses, ah nee, dafür brauchen wir, äh, mining, drill, ne mining drill, ne mining drill, ne mining drill, es gibt's doch so einen Diamond, äh, ich habe nur mitbringt, du, vielleicht soll ich noch, ne mining drill, das wird wirklich, okay, so acht foolig davon, äh ne da, hoch, da oben, 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 ein, zwei, drei, wir brauchen jetzt, um den, So, ein bisschen bisschen bessern und 1 aisen Nr. 1 scoring 1 fixing Bisschen 1 So ein Refined Iron, Electronic Circuit, dann braucht man eine RE Batterie, RE, Copper, Cable und CIN, 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 4 um genau zu sagen, aber das ist mir sehr, ich habe jetzt alle so drauf, kommen wir doch mal jetzt ein Mining-Duell, ey, kommen wir ganz ehrlich, können wir uns auch mal gönnen hier. So, dann brauchen wir noch, RE Batterie habe ich hier, Mining und 5 Refined Iron. Ach, die habe ich sogar. Ich glaube, die Air Batterie darunter, dann das und dann ein Zelda-Duell. Yes, jetzt haben wir eine Mining-Duell und das Gute ist, die kann man auch verzeuern. Yes, baby. Weil ich schon immer mal haben. Hat schon wie, wie es da eigentlich gemacht, dann habe ich gesagt, mach ich auch. Ne, warte mal, kommt, es kommt alles raus hier. Es kommt alles hier hin. Die hat die, nur 10.000 habe ich schon. Die liegt sich ja, das geht ja hier ratzifatzi hier. Dankeschön. Oh, die geht ja jetzt schon, aber die kann man auch noch mit Diamanten so verzaubern, mit drei Diamanten. Warte mal, frage ich mich mal. Ja. Ich guck mal, wie weit die anderen jetzt hier sind. Hallo. Ja, bitte, wa? Das ist nicht auf dein Grundstück hier, ne? So. Ich stalke jetzt ihn einfach mal. Das merkt er nicht, das merkt er nicht, das merkt er nicht, das merkt er nicht. Ey, so ein Jetpack ist einfach mal awesome. Warte mal, ich frage ihn mal, denn wie darf ich auf dein GS... Ich will mich mal gucken, was er wohl gebaut hat, ne? Okay. Hi. Aha, Wabowoods. Wabowoods. Aha, aha, aha. Aha. der schon richtig viel gebaut ist glaube ich eine Höhle jetzt wie soll ich mich und so weit weg gemacht ist es eigentlich nicht mehr so gut wegen Tonquali und so und ich habe es allen aufzunehmen da könnte aber drauf hätten ich weiß nicht ob ich noch mehr MFE mache oder jetzt als nächstes ein MFSU aber dafür braucht man glaube wieder ach nee dafür bräuchte ich vier Diamanten wieder na ist er kacke ist akotisch wenn wir mal hier mein Feld hier mal ein bisschen hier so machen ist ja jetzt glaube ich nie so schlimm hier so anpflanzen so pflanzen wir mal hier schön Weizen an na 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 und fliegen ach nee da unten ist ja auch mal mein Bett sollten wir eigentlich mal mitnehmen nach unten und mein Haus werde ich abreißen weil hier unten wird unser Hauptbase werden und das ist natürlich dann so und so ne und meine Türen sollte ich mal wieder starten mal so dann brauchen wir einfach mal hier so mein Bett hin und dann und dann das war natürlich noch alles hier verschönern ne so geht es nämlich nicht so oder lädt sich immer noch auf das war schon bei 80.000 und das ist immer noch Tag das finde ich ja Knorkel äh machen wir mal ein paar Steine hier drin doch ist jetzt alle hä 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 was wieso kriegt er hier keine Energie ach ssss ne ne es geht ja mal kann mir mal jemand helfen kann mir mal jemand helfen so mal warte mal kann äh ich äh in TS bei euch bei euch meinst du doch mit komm hoch hallo hallo mit komm hoch ja achso ich hab doch vorhin ja geschrieben als du geantwortet hast ja ja als du gefragt hast äh ähm 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 äh ich hab ein kleines Problem hier und zwar was denn los äh ich hab ja hier mein so LV äh mein LV Solarpanel ja und so äh diesen und hier äh mein MF mein MFU mein MFE und dabei hab ich ja so'n LV Transformer aber irgendwie kriegt mein Electric Furnace kein Strom aber alle und alle anderen Geräte auch nicht außer meinem Metherrater ne das ist jetzt laut sein für eine Scheiße ne also irgendwie kriegen meine Geräte kein Strom ich versteh das nicht na hast du die auch richtig angeschlossen ja na klar also könnte mal vielleicht jemand gucken hier ja aber ich hab jetzt gar ich hab zum fünften Mal mein Mikro umgestoßen ja schön sagt ich glaube diesmal hat man's gehört ach ach nee war mal viel 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 vielleicht hab ich doch na klar ähm ich hab an der Frage beim oder vielleicht hab ich mein LV Transformer irgendwie falsch angedings ja du kannst den auch verkehrt rum anbauen glaube ich ja äh die drei Punkte die müssen doch von ähm muss da die Energie reinkommen oder ausgestoßen werden ne es kommt da bei einem Punkt kommt's rein und bei drei Punkten kommt's raus hä ne ich glaube nicht ich glaube es war andersrum oder ich glaube es war andersrum ja ah ja na gut ok die Energie ist ja bei den drei Punkten theoretisch ja ja ey hast recht dann kannst du das vielleicht dreimal ja gut ja sag mal ich probier mal jetzt kurz aus jetzt hab ich hier glaube die drei Punkte boah das ist dann schon gleich wie so viel Kraft ne kriegen immer noch keine Energie hä was für Kabel hast du? normaler aber du brauchst du hast doch was hast du für ein Solarpanel? äh LV ja da brauchst du auch gar keinen LV Transformer ne aber ich hab ein ich hab ein MFE und MFE gibt Low Voltage Energie aus so meinst medium medium ja äh medium energy ach so du hast ach so und deswegen hab ich ja gut hast glaub ich du sagst ich hab schon wieder verbringt ja ja so ne hab ich nicht ne ok ja und deswegen verstehe ich aber dann also mhm 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 ich hab sofort den äh medium was hast du was hast du für Kabel normales normales wabba äh kappa ja ich glaube daran liegt dass die wabba können glaub ich kein medium aufnehmen ok warte mal dann da mach ich mal einen komischen transform äh transformer ein transformer ein transformer nicht äh nicht copper kabel ja meint er bestimmt copper kabel wabba kabel ist zwar genau das gleiche naja nicht ja eisen na komm ich jetzt auf meine wie viel ich auch immer brauche jetzt hab ich zu wenig copper kabel ey WTF ähm ich hab gar keine diamant spitzacke das wird schon mal ein problem ja du kannst auch jeder andere spitzacke ja das dauert das nur länger oder oder ne ne das kommt auch an was er abbauen kann glaub ich so eine länge ist jetzt kein glaube ich kein unterschied achso eisen würde also auch achso warte ich achso warte ich die da dran ist irgendwann kaputt ne ok reicht ja auch ne eisenspitzacke also achso ich weiß wieso das ist glaub ich es kommt nicht ganz schön ok ich ich hab die lösung glaube so warte mal ich brauch ne wensch und ich brauch mehr copper carrier und die fehlen mir jetzt ja dann musst du die machen ne doch 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 nicht die fehlen mir glaub ich war mal ich brauch ne wensch erstmal wieder und so ich brauch jetzt die eigentlich nur ab und der wird zu fehlen also nicht das elektrisch führnis macht man auch aus Eisenbahn ja iron 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 refined iron oder ist das doch ah ja stimmt aber wie krieg ich refined iron einfach das Eisen noch mehr braten also brauchst du Eis im normalen Ofen ja ja einfach ich brauchst keinen bestimmten Ofen natürlich nein das ist ja ein bisschen was 12 Eisen warte mal muss ich mal rechnen und da kriegst du zwölf Flüge von Albern also 1,2,3 1,2,3 weniger 5,6,7 das heißt mir bleiben noch ein paar übrig 5 Stück bleiben mir übrig ja ich hasse Masse ich fack den Bein ja ich hab schon 3 wie komm ich hier raus tja das frag mich nicht ach hier lang oder wo ja glaube ich dass ich jetzt mal die aufmer Wende ja und wir sehen es irgendwann anders mal ja es ist auch es ist auch es stimmt nicht mehr raus la 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 nein nein nicht mehr davon naja ähm weißt du ob ich dir jetzt einfach irgendwo anders raus boah ich hoffe ich werde dich in der Level 30 werden wo alte ich ich hab heute ne Mining Devil geschafft ey wow ja ne normale oder ne normale ne normale also ohne Diamanten damit hast du mich heute schon gehauen und fast umgebracht ja ich hatte nämlich kein Essen weißt du und kein anderes Zeug und dann war das schon knapp eben ja ja das tat weh das tat weh ooooh Kofferohr also also das tut mir auch aber auch so leid ja das tat mir im Herzen weh das ist der Pobel total asozial ey ja man ein bisschen Reue soo warte mal ich muss mal ein bisschen hier gucken das butscht darauf und darauf kommt der Solar Panel oh das geht hier ab ey das geht voll ab hier ey ja brauch ich unbedingt weiten Zauberstellen so ich hab Platz immerhin Leute hau ab hau ab hau ab ähm soo jetzt kann ich nur noch warten und euch zusehen vom Weiten und nicht sterben bis fertig hier brand ist seh ich von hier was? du 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 ach man ist das ne Arbeit hier so ne scheiß weil ich so eigentlich nur Federn ja und jetzt bin ich in der Höhle ey schlimm die eine Feder hat es bestimmt gebracht war von mir ja doch die hat es äh ja wirklich? ja gut das ist jetzt richtig gut aber es ist auf jeden Fall eine Fehl äh weniger Feder die ich brauche ok cool so wenn mal dann auch ich diesen Dings hier müsste eigentlich ne fail aber wie waren das jetzt mal? ach ne Truhe scheiße soo ach 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 überlegst du grad wie ne Truhe geht oder äh hast du grad festgestellt dass du ne Truhe machen musst? dass ich eine machen muss ok gut so jetzt hab ich ne Turtle boah das stärkt mich nicht mehr weil du ne Turtle hast wo eh boah ok man brauche also 3 halt wie am anderen Zeug ja ich weiß dass er grad eben angefangen hat ja oder Saphir halt oder ja doch Saphir oder Ruben Saphir hab ich nicht 3 boah ich muss hier echt mit den Kabeln ziehen ey die Alter wie viel Kohl hier ist ja das gibt gar nicht viele auf welcher Höhe findet man ne Saphir? auf einem möglichen auf einem also am besten ne Höhle da findest du so viel davon ne ja also das findest du so viel ne gut ok ich hab schon richtig viel eigentlich schon von Saphir und Rubine also fast neben deinem Haus ist auch ne Höhle also findest du da recht schnell Saphir das ist direkt unter meinem Haus sogar die verläuft da runter und so ja ähm das hab ich vergessen da kannst du es und dann findest du auch ja genau es geht Ruby, Saphir und Queen Saphir ich bin jedesmal ein Spacko wenn ich hier an den Crafting Table aufhier Moment na egal ich hab ne Karotte ich hab das gar nicht so Alter ich hab schon wieder fast 2 Folgen heute wieder aufgenommen wie heißt dieser Crafting Table nochmal? Project Table Projekt ey dieser Project Table ist voll geil, wahr? ja aber ich äh irgendwie so ein Account ne bist du doof ja rein theoretisch müsste ich jetzt Energie kriegen wenn nicht Strom hier halt da ich glaube jetzt hab ich es richtig gebraucht soll ich sicher wieder meine Schlucht ätter ich ach sie sind damals die die ich brauche ja das kann nicht das ist sehr einfach glaub ich brauch ein paar mehr nein oder bin ich dumm oder bin ich dumm richtig doof ich bin richtig problem nein 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 ich bin noch dummer geworden ich bin noch dummer geworden das geht doch manchmal das geht gar nicht ich hab gerade mein äh 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 mein äh mein trans- mein Low Voltage Transformer zerstört hast du abgebaut? ja ohne meine Bench ne warte mein hä das muss doch sein wenn man einen LV-Transformer hat braucht man ja so einen LV-Dingster-Wumster was DINGster-Wumster ja klar wenn ich einen LV-Transformer hab ach ne ja ja ist ok ok ist schon ok ach nein ich bin so ach nein ey jetzt muss ich halt mit einem halt doch nicht rum hallo weißt du wie er arbeitet bei wow ich hab auch meinen X-Factor KVT gemacht und ja durch einen Creeper aber nicht weil du zu dem was zum Abbau aber ich hab ihn abgebaut also mit nem Creeper mit nem Creeper mit nem Creeperhacke nee das ist ein Creeper eh eh ein MFE habe ich mich jetzt abgebaut eh nein ich bin am Arsch ich kann kein MFE mehr machen warum ich hab keine ich hab keine Diamanten ja genau MFE wollt ich mich auch noch machen wollen wir zusammen Diamanten suchen Alter die die ich brauch vier Diamanten ooooh habt ihr alle keinen Minions da doch hab ich drei Stück warum brauchst du drei Minions da äh Minions ja und 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 wie macht man zu Diamanten brauchst du Gold hab ich und dann ja ah ne du brauchst dann ein Stack Gold wa nein du brauchst irgendwie glaub ich fünf oder so für einen Diamanten wie 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 macht man das denn kommt wie macht man das denn guck dir das Rezept dafür an alter nein man meine boah alter weißt du wie ooooh ey ich bin gerade so am abfacken ey brenn Creeper brenn ich muss jetzt meine Badbox wieder nehmen ey wie kack ist das denn ey ich habe Oranium ich habe immer vier Oranien oder wir dürfen auch kein Oran benutzen m wir können auch haben benutzen das man bedürfen wir nicht jetzt sagen ja klar dürfen wir ja aber nicht für hat alles was du machst kannst du darfst du nicht ja klar dürfen wir haben aber 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 nicht für einen Atomkraft hey wieso nicht weil wenn sie exudiert ist so scheiße hey du kannst du dir die Kasse diesen Stone nehmen und das das voll durchbunkern ja bei dir bei deiner Schlauheit wissen wir was du dann draus machst oh ich habe trotzdem Atomkraftwerk oh also aus dem haben wir es nicht gesagt doch haben wir auch noch ne ne wann denn wann denn ja was so also ich habe mir zu boah ich mache gerade Wagequit ey oh ne weil sonst ist es noch nicht bis hin noch bis nicht gequittet also es ist kein Wagequit ah ja ich glaube er quittet nicht ja ich rage gerade ah das ist ja gar kein Diamant weil jetzt bin ich ja mitten in der Nacht und mein Jetpack ist alle ich sage kacke das ist echt kacke ja das ist echt kacke so da kein Cubbystone auch ein Cubbystone ne ach hier ist der Cubstone ne 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 ich weiß nicht und dann gehts ab dann gehts ab dann suchen wir schnell vier oh nein meine vier k- alter man ey ist das kacke was bringt eigentlich diese Amber 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 kannst du nur für Magie eigentlich verwenden also es ist recht unnötig na vielleicht mache ich da später Magie ja also ich verwende die jetzt für ein bisschen Magie weil da muss ich nichts anderes dafür verschwenden aber eigentlich so man jetzt habe ich mal habe ich jetzt habe ich wieder meine billige Dings da eingebaut ey oh ahhh kacke ey ich bin auf der Suche nach Diamanten und geh immer weiter die Höhle hoch ey ich muss eigentlich auch mal Swipmine machen ich hab mein Essen vergessen oh das kannst du den Zuschauern nicht zumuten alter na hallo wie kriegst du denn sonst Diamanten ja wie lange nehmen wir eine Stunde auf weiß ich nicht so lange bin ich ungefähr schon in der Höhle äh zwei St.. ne eine Stunde in der in der Stunde halt ach schon wie ich muss halt nur uuuuuh ich muss halt nur mein App jetzt im Auge behalten ich sitze ich dann obwohl ich merke das schon wenn man fest verliht oh mein Gott wo bin ich denn hier bitte alter man ey ich hab oh mein Gott ey das sieht doch gar nichts kennen ja hm Popel ich glaube ich bin hier unten bei dir angekommen ja wieso äh in der Nähe in irgendein Keller bin ich im Keller ja das hat jeder im Keller warte mal das könnte aber mal warte mal ich guck mal ganz kurz das ist von Ramla ne oh ja doch von Ramla oder oder von PilzLP oder warte du bist PilzLP ne ich bin nicht PilzLP na klar du bist unter PilzLP das Grundstück ach so wieso ja aber ich bin vorher mit dem ja ne ja na klar ja ist klar ne ne ja doch ich hab doch gesagt du bist auf du bist auf PilzLP so meinte ich das da dass du da auf diesem Grundstück bist aber gut dass du mit dem meinst ja da ist cool ich glaube weil das war so unter sein so Grundstück so mäßig ne ja so ungefähr kann hinkommen ja du warst unter sein Grundstück ja kann hinkommen ja ja ist okay so ja kann hinkommen ja okay was ist denn hier jetzt ah hier ist mein Home geil dein Home vielleicht gibt's Level 30 und dann ist mein Zauberstab verzaubert ich muss wieder nach oben keine Fackeln mehr und spreche einfach dazwischen aus Versehen es tut mir leid ich mag voll Overclocker hast du wahrscheinlich keine Fackeln mehr? ne ich auch nicht ich hab den ich hab den Deck gegeben ja du ich bin ja auch ey Junge ich hab den Stack gegeben Junge Alter das heißt ich bin glück dass ich grad in der Schlucht bin das ist mit Stara Problem ist Uranium Zeug das kann man auch zum Verkaufen Verkaufen genau Verzaubern nehmen was boah endlich er wird 30 Uranium kannst du als Giften verwenden ja ja bei Zaubern so ich beende ich werde also ich werde jetzt kurz die Folge beenden du meinst Weltspritten? ne also ich werde danach wieder weiter aufnehmen also ich beende nur so die Folge kurz ähm wir sehen uns in dieser Folge haut da rein ciao 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 ciao